Hallo und Willkommen zu einer weiteren Folge von Rimworld Ideologie. Ihr wurde mehr sehen und um jetzt bleisiger passen, dann abonniert meinen Kanal. Die verschwinden jetzt wieder und leider habe ich nicht genug Silber dafür. Das ist schade. Ich habe hier unten nochmal ein Messgebiet hinzugefügt und geht es hier auch munter weiter. Ich wäre gern zumehrt, aber was bringt es dann? Das bringt ja nichts. Das Reich der Sonne. Maravarismus. Hühner schließen sich an. Boah, echt jetzt. Toll. Irgendjemand, der mit Tieren macht. Das will ich nämlich ausprobieren. Drei, zwei, vier. Ist Ayala. So, da haben wir noch einen Viech. Ich cashte mir die Viecher da ein. Okay, ähm, wir machen hier Möbel. Ah, Tierschlafplatz. So. Starke Schneefallen. Äh. Äh. So, bring das Viech hoch und danach kannst du ja, Quest, wie schaut es aus mit den Meerschwändchen, 1,8 Tage, okay. Aber machen wir ganz anders, machen wir ganz anders, die killen einfach. Wir sagen hier Tiere und sind alle zum Schlachten freigegeben. Was macht der Julian? Spielt Schach. Da muss ich dem halt mal ein bisschen nachhelfen, dass wenn der fertig ist, dass der hier mal weitermacht. Kein Weg, der will mich voll ver... Achso, ja. Ja, lassen wir das mal weg. Das stimmt, dass da kein Weg ist. Das stimmt natürlich. Kann er das hier auch noch machen. Dass wir hier einfach wieder vorankommen. Was soll er alles bauen? Quest verfügbar. Was haben wir denn hier? Erzwungene Landung. Ein Shuttle der Fraktion, Schaffungssuch, Platz zum Landen. Kommandant der Shuttle landet. Wir haben jetzt die Helden, ne, werden den Abschluss des Shuttle angreifen und versuchen, Insassen zu töten. Du musst sie verteidigen. Im Shuttle besinnst du dich, blum, und zwei Soldaten. Der Kommandant muss gerettet werden, aber die Soldaten sind entbeerlicht. Acht Stunden später wird ein Rettungsshuttle eintreffen, um die Überleberden abzuholen. Das ist zwei Stunden Zeit, um alle an Bord zu bringen. Shuttlebeute. Uff. Drei Ehre. Sind alle da? Ja, okay. Dann nehmen wir die an für... Für Ruf. Shuttle Absturz. Jetzt bin ich mal gespannt. Verwandtschaft ist da. Okay. Okay. Sehr, sehr schön. Kann was laufen. Okay. Überfall. Sie sind hier. Wen haben wir da? Okay. Wir gehen mit dir. Wir gehen mit dir hier hin, du kannst hier hin, du kannst hier hin. Okay. Okay. Oh nein, nicht auf ihn. Sehr gut. Jetzt knacken wir den noch ab. Gut. Einstellen. Vier Stunden Gochus-Sucht. Kannst du irgendwas? Mental sensibel. Boah. Geistige Arbeit. Nur das brauche ich nicht. Okay. Dann machen wir das so. Sechs Mahlzeiten nehmen wir mit. Gochus nehmen wir mit. Was hat der? Irgendwas tolles an? Nein, hat er nicht. Das passt. Das passt. Passt. Das können wir hier... Der kann das hier machen. Quest drei Stunden. Hm. Ist nicht viel. So, ihr bleibt doch nochmal da. Das geht auch fix mit. Shuttle trifft gleich ein. Jawohl. Sind wir dann hoffentlich weg. Super. Sehr gut. Du noch? Ey. Schau, dass du da reinkommst. Sehr gut. Plus vier Ruf. Vollkrieg abgeschlossen. Sehr gut. Ist eingetroffen. Jawohl. Haben wir dazu bekommen. Wertung 100 Medizin. Oh, wow. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Goldlager, das andere, das ist das, der hübsche Gefangene. Shuttle trifft, ja, trifft bald ein. Shuttle trifft in 18 Stunden ein. Ach so, ja, die Viecher. Gut, das ist nicht mehr. 21 Stunden, Meerschweinchen in 13. Sehr gut. Alles morgen. Sind die endlich wieder weg. So, gib mal Gas und mach Dinge. Nein, das ist keins. Mach's hier noch sauber. Da, wo die Leute sind. Ja, ist mir egal. Das ist wie ich halt hier. So, gib Stoff drauf endlich. Komm schon. Voll Gas. Super. Ich hab' dacht' das ist Tier. Ach, ist das Trainieren oder was? Hä? So steh' ich jetzt nicht. Das versteh' ich nicht. Ds, ds und den da noch. Shuttle ist eingetroffen. Jawohl. Okay. Ach, verdammt. Lips. bringen die Viecher da rein, dass wir die wegschicken können. Geschenk. Was haben wir bekommen? Oh. Jede Menge Zeug zum Anziehen. Ja, cool. Hopp. Top. Was schon wieder? Was ist denn hier los, ey? Komm mir gar nicht mehr klar. Hm. Hätte aber nicht, wenn ich im politischen Serien möchte. 16 Tage lang verstecken. Noch soll ich sagen, dass deine Stimmung über 25 bleibt. Fahrergebliche Arbeit. Schatzqualitativ hat du für die Unterhörte. Du bekommst Rohstoffe für die Fraktion, wenn die durchschnittliche Stimmung über 50 Prozent hält. Boah. Wie lang? Irre oder was? Ich hab da aber nix, was dir entspricht, Mensch. Ich hab nichts. Wenn, dann muss ich dich da unten reinperren. Durchschnittlich. Ja, was willst du denn, Mensch? Ich hab nicht so tolle Sachen. Ich hab welches Kommode und sowas. Über 50 Prozent, eh. Puh. Nein. Geht nicht. Selbst hier funktioniert das nicht. Achso. 25. Stimmung. Ja, komm. Was nehmen wir denn dafür? Äh. Jetzt sind wir bei 10. Ähre. Habe ich Probleme, wenn der Level abgeht. Die schwere MP wäre natürlich auch nice. Ach komm. Stumm Titel oder was? Das ist Freibäuerin. Ja, Freibäuerin. Ja, Freibäuerin. Ja, Freibäuerin. Ja, Freibäuerin. Das ist gut. Ähm. Das wird hier nämlich. Das ist von ihr. Dann hauen wir da nur so, weißt was, ich Kommoden rein. Kommoden und Nachttisch. Und dann soll das schön werden. Gut. Gut. Dann ist das jetzt dein Part hier drinnen. Mal alles schicke machen. Dass sie sich hier wohlfühlt. Setz los. Benötigt Eric. Achso. Ja. Lips. Eric Ryan. Was gibt's denn eigentlich für Eric? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Zwölf Ruf. Sehr gut. Auf 22. Richtig, richtig nice. 1,1 Tage. Oh. 0,5. Das ist natürlich schöner. Aber den Raum hier mal schön. Mach so. Und. Natürlich noch hier. Die Wände schick machen. Okay. Schlecht. Schlecht. Boah. Der Raum ist in Ordnung. Nein, der darf nicht in Ordnung. Oh. Hölle, der Typ, ey. Julian, was los mit dir, ey? Komm mal, klar mit dir. So. So. Warum funktioniert das jetzt nicht mehr? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Das Ganze ist in Ordnung. Geh, 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 geh. So. Das funktioniert aus irgendwelchem Grund. Das ist ja mega, ey. Bestverfügbar. Ein erzwungenes Wetter für Apokus. Ah, wird heute reich der Sonne. Ich möchte einen kleinen Test mit einer Flächenangriffswache auf dem Schiff durchführen, wenn sie damit beginnt. Ah, sagt es für den liebligen Regen. 19 Tage. Oh. Will ich aber gar nicht. Brauchbarer Schlafsaal. Also, ist kein Problem. Können wir die installieren. Was machst du eigentlich? Ach, du willst meditieren. Ist auch okay. Gut. Gut, ich denke, jetzt haben wir es soweit. Passt. Gut, danach machst du das hier. Und dann noch hier. Kriegen wir den Raum ein bisschen schön. Kapsel angetroffen. Wir wollen wohl nicht meisterlich MP. Oh, cool. Lips. Nice. Wir waffnen dich. Sehr gut. Mann, du sollst doch hier das Ding fertig bauen. Super. Super. Mach den Raum noch sauber. Fast eindrucksvoll. Also, wenn das nicht gut ist. anweiß ich auch nicht. In der Hitze geschlafen. Ja, ich weiß ja nicht, was da eine Wohlfühltemperatur ist. Sollen sie halt einen Scheit weniger drauflegen. Oh, du sollst doch da nicht immer arbeiten, Mensch. Du sollst da nicht immer runterrennen. Du sollst hier auch mal was fertig machen. Oh, ich kann hier nicht alles manuell machen bei dir. Das geht halt einfach nicht. Weltkarte. Was haben wir denn hier? Drei Gegner. Drei Gegner. Der Frühling hat angefangen. So, das ist der Unterschlupf. Ja, das haben wir. Drei Gegner. Jagdrevier haben wir hier. Wir haben hier Goldlager. Und wir haben sie. Gut. Das haben wir schon. Dann probieren wir es halt mal. Von hier nach hier sind es 0,4 Tage. Gut. Entfernen. Dann sagen wir. Ah. Gut. Hier nach hier. 0,4 Tage. Ihr zwei kommt mit. Waren reisen. Keine Überlebens. Keine Überlebens. Eins, zwei, drei. So. Entsenden. Bestätigen. Los geht's. Hoffen wir, dass da kein Angriff reinkommt in der Zeit. Sondern die müssen halt einfach fix sein. Eierlach. Schnell sauber machen. Schnell sauber machen. Gut. Könnt's da los. Julian macht. Essen. Legt in Wenswerth Star. Er spannt sich mit anderen. Ja. Macht das. Ach so. Der Glaube. Ja. Der Glaube ist gefallen. Das ist natürlich auch schön. Dann machen wir hier mal nochmal sauber. 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 Einmal durchreinigen. Einmal durchreinigen hier. Genau. Lass mal das auch alles hinkriegen. Gut. Das machen wir da. Danach. Kannst hier mal weitermachen. Bisschen bauen und Dinge tun. Oh. Das ist ein bisschen too much wahrscheinlich. Karawane angekommen. Gut. Ähm. Ja. Wir schauen mal rein. Dass wir das Ganze auch mal sehen. Ähm. Türme hat's in dem Fall nichts. Das ist gut. Oh ja. Ist das Knochenboden? Weiß nicht. Wo sind wir? Wir sind da hinten. Das ist schon mal gut. Wir haben eine schwere und eine leichte. Das ist natürlich optimal. Und dann attacken wir die beim nächsten Mal. Dann war's das hier wieder für die Folge. Ich bin schon gespannt darauf. Das Goldlager hier. Und somit zeige ich. Danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus. Schnellen. Tschö. 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 Untertitelung des ZDF, 2020